Servus zusammen, ich bin der Chris und wir schauen uns heute an, wie ihr so ein morphendes Pattern erzeugen könnt mit Maya Mesh. Viel Spaß beim Ausprobieren. Okay, wir schauen uns erstmal einmal kurz die Theorie an. Dafür baue ich mir eine Fläche und unterteile die gleichmäßig. Dass ich schöne gleichmäßige Quadrate habe und von hier aus gehe ich jetzt einmal in den Vertex-Modus, schnappe mir alle Vertexes, gehe auf Bevel und kann hier jetzt schon mal ein ziemlich spannendes Muster entstehen lassen. Ich gehe hier jetzt auf 3,33 und habe jetzt hier einmal dieses spannende Pattern zwischen 8 Ecken und 4 Ecken. Das ist schon mal ziemlich cool. Jetzt gehe ich hier auf Delete History, dass alles clean ist, gehe in den Edge-Modus, markiere mir alles, gehe auf Detach und jetzt ist der große Vorteil, dass jedes Objekt quasi für sich alleine steht, also quasi jedes Face und das ist eigentlich auch schon der magische Teil da dran. Jetzt dupliziere ich mir das einmal und nenne das Ganze Blend und nenne das andere Base. Jetzt nehme ich kurz mein Blend Shape, markiere einmal alle Faces, gehe in den Scale-Modus und gehe hier in die Einstellungen rein und ändere auf Component. Und wenn ich das Ganze jetzt skaliere, dann seht ihr, das Ganze skaliert sich quasi immer von dem einzelnen Komponent aus. Und das ist natürlich super spannend, das mache ich jetzt mal relativ klein. Mein Original habe ich noch hier. Jetzt kann ich mir diesen Blend einmal ausblenden, nehme meine Basis, gehe auf Mesh und bastel mir hier diesen Blend Shape Note dazu. Der kommt dann hier hinten automatisch raus. Blend Deformer und hier kann ich bei dem Blend Deformer unter Connection diesen Blend einfach reinziehen in den Blend Mesh. Und wenn ich jetzt hier den Blend Value hoch und runter ziehe, kann ich quasi zwischen den beiden Werten hin und her springen. Das ist schon mal ziemlich cool. Jetzt kann ich hier beim Falloff-Objekt Rechtsklick reinmachen, Create und ich skaliere mir das mal ein bisschen kleiner und blende mir hier oben die Edges aus. Machen wir mal einen dunklen Hintergrund, dann sehen wir das noch ein bisschen besser. Jetzt kann ich mit diesem Falloff-Objekt meine Blendung zwischen den Blend Shapes quasi steuern und ihr seht schon, das ist ziemlich cool. Ich könnte jetzt auch ein anderes Falloff-Objekt reinbauen und könnte dementsprechend spannende Materialverläufe ausprobieren. Das ganze funktioniert natürlich auch bei komplexeren Themen, daher löschen wir das Ganze jetzt einfach nochmal und bauen uns eine kleine turmartige Skulptur. Und mache jetzt quasi genau dasselbe wie gerade eben nochmal, nur dass ich mir das jetzt ein bisschen smooth im Voraus dass ich mehr Faces habe und dann nachher eine spannendere Unterteilung bekomme. Und jetzt mache ich genau dasselbe nochmal wie vorher. Ich gehe wieder in den Vertex-Modus. Ich markiere alles, ich gehe auf Bevel, ich stelle mir das ganze nochmal auf 333, um wieder den Mix zwischen zwischen 8 und 4 Ecken quasi zu bekommen. Dann gehe ich auf die Edges, markiere alles, gehe auf Detach und dupliziere mir das ganze, nenne das eine wieder Blend, das andere Base. Dann schnappe ich mir hier wieder die einzelnen Faces, gehe auf das Skalieren und stelle wieder wichtigerweise auf Component. Skaliere mir das ganze kleiner. Dann schalte ich mir die Base wieder an, schalte den Blend aus und mache genau dasselbe wie vorher. Ich gehe wieder auf Mesh, erzeuge mir da den Blend, der wieder hier hinten erscheint. Jetzt muss ich wieder einfach nur mein Objekt hier reinziehen mit der mittleren Maustaste und kann wieder hin und her blenden und kann jetzt ebenfalls wieder diesen Falloff verwenden und könnte somit jegliche Geometrie quasi sich verwandeln lassen. Was schon ziemlich spannend ist, auch dadurch, dass ich durch diesen kleinen Pattern-Hack quasi wirklich quasi jede Oberfläche relativ schnell in ein spannendes Muster verwandeln kann, das nicht einfach nur quasi Quads sind bzw. Vierecke, sondern eben nochmal ein bisschen spannender aussieht. Viel Spaß beim Ausprobieren!